Hallo liebe deutschsprachigen WählerInnen in den Niederlanden. Ich bin Lena und ich werde euch in diesem Video erklären, wie ihr mit eurer Stimme mehr Frauen in die Politik bekommt. Am 17. März sind hier die Parlamentswahlen, also die Wahlen für die Zweite Kammer. Derzeit sind dort nur 31% der Abgeordneten Frauen. Und diese Gruppe ist nicht besonders vielfältig. Besonders junge Frauen und Women of Color sind deshalb in der Politik nicht gut vertreten. Wenn du also mehr Frauen in der Politik haben möchtest, die für deine Bedürfnisse und Wünsche aufkommen, ist es sehr wichtig, klug zu stimmen. Gib deshalb nicht automatisch deine Stimme an die erste Frau auf der Parteiliste, weil sie aufgrund ihrer Position sowieso meistens ins Parlament kommt. Gib deine Stimme lieber an eine Frau, die etwas weiter unten auf der Liste steht und dringend deine Stimme braucht, um ins Parlament gewählt zu werden. So benutzt du deine Stimme für mehr Gerechtigkeit. Für weitere Infos geh einfach auf stamp.frau.com und gib deine Stimme an eine Frau. Beleid. So nun wie wir sehen,